So wir sind zurück mit der Saboteur und wir haben letztens gestorben aufgrund dieser ja Level 5 Regler-Keyner für Tücher Struggler-Moske der Resistanz wird stronger every day letzte Nacht wir wurden kontaktiert bei einer anderen Seite auf der west Seite der City sie wollen uns you trust these people? Not yet but we cannot pass up the chance to forge an alliance actually I was hoping you would look into it for me I can see you're busy here to reach the western district one must pass through security checkpoints my face is well known to the Nazis Veronique offered to go at my place I'm sure she did but I'll go just the same I'll need transit papers Santos can get forged travel documents ich bin sicher ich bin sicher ich bin sicher wir müssen die Drecksarbeit machen erheinsicht um ein ja wieso nicht aber wir gehen jetzt zu ich weiß gar nicht, irgendwie wie hin mussten das von den Bieten ich hab wieder mal nie zugehört hau 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 schlafen die Burg Klobber und Blut so wie wir gehen in unsere Garage wieder und klar ist ein Auto das Wort aber übrigens auch schon mal wo man auch lesen können Korya ist Messages ist und die Alüge Sankt das ist okay dann bestimmt und scheiß mehr diese ja das war ja ein paar neue Autos das ist aber cool die kompressoren geschmissen das ist interessant aus genau zu den anderen typen muss man gehen und den quest noch machen wir gehen mal zur vitore so die 90 haben wir weggesprengt deswegen kann man jetzt die kurve schön neben mir so was ich immer lustig finde es ist ja Suspicious mit Waffe draußen rumzurennen in Paris aber nicht Suspicious bedeutet also äh seltsam verdächtig ja mal läuft um Gewege rumzufahren und Passanten zu überfahren das ist schon ein bisschen seltsam aber wow 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 ruich 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 Die Physik ist wirklich, boah, jetzt ruggelt es mal wieder. Aber es liegt nicht an meinem Videodecoder, meinem Fraps, man ruggelt das so. Heute ist übrigens Dienstag und meine Grafikkarte ist noch nicht da. Ich denke mal morgen, übermorgen eventuell wird sie kommen. Vielleicht auch am Donnerstag. Sie ist selber schon durchgezockt und Joshi's Island. Also zwei Projekte sind abgeschlossen. Ich wollte doch nicht ganz so fällig rumlaufen. Wo ist die Tore? Ah, das wieder da drüben. Die saufen den ganzen Tag, ja, egal, Tag und Nacht. Oh, da kommt ja noch Brüste. Ah, so viele angezogen. Was quatscht da? Oh, beiden, ja, was. Nur mal in die ausländischen Spiele schmieden, Geschmack, was die deutsche Frau dann... Oh, dazu. Geschmack, was die deutsche Frau dann geht. Sie sehen uns teilweise wirklich lecker aus. Wenn ich hörte, du dich zurückkriegst, dann habe ich das dann, das von dir war, Das ist mein Foto in Englisch. Das ist mein Foto in Englisch. Wie viel kostet die Menschen, die wir lieben? Ich habe dich zu meinem Haus genommen. Ich habe ein besseres Leben für dich. Du hast kein Recht, es zu wegwerfen. Ich kann es nicht wegwerfen. Ich habe meine Wahl gemacht. Ich habe meine Wahl gemacht. Ich bin sorry, Vittori. Sie müssen mit ihm leben. Das mehr kommt jetzt hier nie. Toll. Ah, ich glaube, der Sand ist hier in der Ecke. Da muss man wohl nicht so weit laufen. So, wir werden sie wieder beformen von irgendwelchen Autos. Ups, aber Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss ja durch. Ah, hier ist er. So, Sandoros, was hast du mir anzubieten? Oh, das ist lustig. Es ist Lazarus, zurück aus dem Todes. Meine Freunde und Aura haben mich erzählt, über deine kleine Ballon-Adventure. Du musst bist nur ein Barsch oder ein Barsch. Du bist hier hier zu sprechen, mit mir. Was für mich, Irisch-Lock? Nein, niemand ist so lustig. Meine Freunde sagen, dass du für die Verkaufnahmen kannst. Ah, ich verstehe. Die Heroin Eiland, noch hat dich zu machen. Warum nicht seine Lohnen, während du es? Oh, das ist lustig. Ja, das ist lustig. Du wirst deine eigenen Zähne in etwa 10 Sekunden. Dann bin ich... Ja. Luke hat gesagt, dass du vielleicht stoppest. Deine Papers haben sich vorbereitet. Quality Workmanship. Not cheap. Put es auf Luke's Top. Haha, You, Irisch, haben eine brillant sense of humor. I'm running a business here. You want to talk to me? Talk business. Oh, für fuck's sake, Sandoros. Just tell me what you want. Ah, that is more like it. You see, I cannot tolerate competition. Why would the crowd soldiers buy cigarettes and booze from me, when they can get them cheaper from the army? Maybe you should try dressing up in a clown suit, hand out free balloons with every pack of smokes. Maybe I should hire a badass Irishman to blow up the German supply trucks. That'll work too. A German supply-convoy stop to make repairs not far from here. The trucks are, as you say, sitting ducks. I'll handle it. And you'll have those papers ready when the job's done. Glad to see. I'll see you soon. So. Wir müssen jetzt Trucks zu stürmen, wie es heißt. Gucken, ob wir noch eine Waffe kriegen. Ähm, ein bisschen dynamiteln wir uns natürlich noch. Mal voll machen nur. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht sterben. Vor allen Dingen, wenn die Mission zu Ende ist. Ah, eine shotgun. Hm. Hm. Die Handling-Rifle holen wir uns gut. Nehmen wir Schott. Nur ein bisschen von Waffen zeigen. So, wir müssen natürlich etwas von uns Dynamit bezahlen. Wir müssen uns jetzt ein schönes Auto-Klund. Gehen wir mal an Auto. Okay. Oh ja, das ist alles. Danke. Danke. die GTO und mich immer nur das Volk der Engel ist das langsame Stahl ausgesucht das ist ganz soweit das war so klar dass wir wieder eine Aufgabe machen müssen für die Joden diese ist englisch kein Saal bei der Korra und lenke 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 oder so wird einfach nur ich hoffe es ist ein Koffer oder bei Doris da vorne ist es ganz in der Ecke man sie geht sein das ist dieses was jetzt löst der Panzerfaß haben wir am liebsten ausgesucht das sieht lustig aus so hier vorne ist es hoch was ist denn das da im Flugabwehrgeschütz oder sowas dann schnappen wir uns jetzt dieses Geschütz da oben schnappen 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 mit dachten ist die Leute in der Saal Ja, ja, oben.